Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Faktor von Let's Play Battlefield 3. Wir sind hier im Hauptmenü, weil es gleich voll mit der Action weitergeht. Panzerte Polizisten, das ist natürlich auch nichts Tolles. Aber hat dir nichts gebracht. Was sind die Waffen dabei? Okay. Was? 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 Gitten in der Stadt? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das kann nicht klappen. Oh Gott, oh Gott. Da rein. Oh, fuck. Wow. Matrix. Das hat bestimmt weh getan. Wo ist er hin? Das schaffst du, das schaffst du. Und weiter. Niemand darf uns aufhalten. Nichts und niemand. Ich feiere diese Musik auch gerade. Die macht die Stimmung gerade ja mal mega. Alles so gedämpft. Was ist hier los? Scheiße. Einfach laufen. Und jetzt. Jetzt ist wieder alles sehr ganz normal. Na, scheiße, Mann. Oh Gott, oh Gott. Schön, dass der im Sprinten nachladen kann. Hey, die kenne ich doch. Das sind die Kuban-Station. Was war das Motorrad da oben? Hey, hey, hey. Scheiße. Hey, da kommt der Metro. Warum fährt die durch? Also, ich, ich, hat eigentlich zufällig jemand das Geräusch von der Metro in Paris, wenn da eine Nachricht kommt? Dieses, ja, Gott, also geht das nicht. Scheiße. Bam, 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 bam. Irgendwie so. Und dann. Scheiße. Was? Scheiße. Scheiße. Scheiße, da gab es doch glatt eine Atomexplosion nach der Atombombe in Paris. Die Stadt ist wahrscheinlich zerstört. Millionen Menschen gestorben. Wann war das? Vor zehn Stunden. 80.000 Toten. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitzel seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert. Wer, glauben Sie, hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Das ist ein Wachsinn. Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Wir haben uns zu holen. Miller! Miller weg mit dem Dino, wir müssen los! Miller, lass den Scheiß! Wir kriegen das hin, Miller! Was ist doch immer das wahr? Oh mein Gott! Einfach offenes Gebiet. Das ist eine der Mission, die ich nicht so sehr mag. Aber ich mag die Musik. Okay. Aber das ist für mich krill. Ich fahr doch gar nicht, oder? Fahr ich. Ich bin hier nur am Steuerding. Äh, ein Schuss. Ach nein, nicht Katjuskas, oder? Ich bin hier nicht so präziser, aber mit etwas Glück können sie dir den Tag versorgen. Alle Kennungen, jetzt Führung Ende. Kundschaft der Berichten von vierer Abpanzung voraus. Dann sind wir hier. Na klasse. Ist jetzt so. Miller, hörst du mich? Auf Station. Verstanden. Fahrer, mit Vollgas ausrücken. Vollgas beim Panzer bestimmt sind 20 km h. Okay, Hauptverleidenschaftsgrad 1. Bedeutet? Oh, jawoll. Fahrer. Das kenne ich noch aus Call of Duty 2. Da freut mich das nicht. Okay. Das ist die Entfernung wahrscheinlich. Ich sehe keine Feinde. Ähm. Ja. Einer Panzerfahrt macht glücklich. Ich will auch mal Panzer fahren. Das ist bestimmt... Wow. Was ist denn hier los? Ich sehe keine Panzer. Ich sehe keine Panzer. Wow, scheiße. Was ist los? Das ist ein Panzer. Wow, scheiße. Okay, ich weiß jetzt, auf was ich mich konzentriere. In Bewegung bleiben am besten. Oh Gott, oh Gott. Jetzt. Der Erste ist durch. Noch ein. Ich bin im Zoom. Deswegen ist er... Oh Gott, ich bin gar nicht weit weg. Abzuscheiße. Irgendwas habe ich getroffen. Ja, erledige die Wastade. Zeig's Ihnen. Ich weiß, ich weiß. Oh Gott, ich gehe direkt mit dem Feuer rein. Ja, ja, ja. Geh, ich bin bereit. Ich bin bereit. So, nochmal. Scheiße, Mann. Nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen. Okay, das würde mich freuen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Okay, gut, 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 gut. Okay, wo sind die Panzer? Wo sind die Panzer? Ich sehe nichts, ich sehe nichts, wie sich schalte ich. Ich habe alles nicht da. Ähm. C. Da. Scheiße. Na, hallo, die Waldfee. So, da ist er. Mein lieber Freund, der Charlie. Ich finde das gut. Sehr gut. Ich komme aber wieder in die Reihe rein. Wohin, auf den Kamm, das sehe ich auch. Scheiße. War das Wien oder war das Flugzeuge? Verdammt, verdammt, was soll ich tun? Was soll ich zu enthalten? Okay, Linieinformationen hört sich gut an. Na, klasse. Connecting auf Videolink. Videolink online. Anvil 3-1, die Raketenbatterie ist euer Primärziel. Luftnahunterstützung auf Station. Verstanden, Führung Anvil. Halten uns bereit für Bombardierung. Ich sehe mehrere Feinde. Okay, Miller. Markiere das Ziel. Ich sehe drei, nein, 50 bewegende Ziele. Anvil 3-1, wir markieren eure Stelle. Luftnahunterstützung ist in fünf Sekunden da. Ich glaube, das war gut. Ja, das scheint gut gewesen zu sein. Allseits abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Wir ziehen jetzt ab. Okay. Was hat jetzt diese Kabarett jetzt gemacht? Verdammt, 3-1. Werde Ultra-3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen. Führung Anvil muss sich eventuell darum kümmern und die BDM-Stellung angreifen. Out. Okay. Schuss. Aber weiter in der Linienformation bleiben, oder? Weiter in der Linienformation. Scheiße. Ich sehe hier Raketenwerfer. Ich sehe hier doch was. Ich schalte auf Thermal, ich sehe nichts. Ich sehe hier was, ich sehe was, scheiße war. Ich sehe hier was, ich muss schießen. So, jetzt 3-2 Schuss. Ich sehe hier was, ich sehe was, einfach schießen. Ich werde es versuchen. Bestimmt ist doch dann unsere Kupplung kaputt, dann können wir nicht mehr Vollgas, äh, nicht mehr anfangen. Ich sehe nichts. Okay, fortsetzen, das ist nicht gut. Ich sehe nicht, wo die Gegner sind. Da. Okay. Bam. Voll rein. Voll rein. Da. Da. Das war's. Okay. Oh Gott. Das ist die Katuschka's? Das ist die Katuschka's. Sorry, Leute. Ich hoffe doch mal. Was mich bewegt. Oh, scheiße, Leute. Okay. Oh, ich esse doch was. Ich esse doch was. Moment, Moment. Mit der schwere Beschuss. Ich gehe vor weiter. Weiter ins Lager. Könnte schießen. Okay, Rauch ist bereit. Eins ist Tarnung. Nee, okay. Okay. Das ist sehr gut, sehr gut. Boah, ist das so eine Karte? Hier hätte ich auch mal gerne Multiplayer. Da könnten weder Camper, noch diese dreckigen MG-Schützen wirklich gut überlegen, wenn wir erstmal Sniper-Skills haben. Aber richtig gute Sniper-Skills. Ja, ich gehe auf die Lenkeseite. Da hat sich ein Feind. Und ja. Ja. Kann ich nicht treffen. Ich schiff zum Steining, was? Hab ich hier nie getroffen, oder was? Kammlinie, okay. Lasst es gehen. Schuss. Jetzt. Bewegen, bewegen, bewegen. Erstmal, nein. Erstmal die rechte Seite. Erstmal die rechte Seite. Ich greife über der Flanke an. Machen wir es anders. Scheiße. Mit der Schwerem. Ich glaube, ich habe ihn. So, ich muss den erstmal zerstören. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Okay. Der Feind ist weit weg. So, ich brauche Thermal. Und Schuss. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, gut. Jetzt kann der Hinterhalt nichts mehr bringen. Vier Stück. Okay, die treffe ich auch so. Der Hinterhalt bringt dir nichts, wenn ich die Falle auf den Kartenbeife. Es sei denn, die haben da jetzt ein. Aber das würde ich jetzt sehen. Okay, diese Bewegung, der Hinterhalt löst sich auf. Ich nutze den Panzer als Deckung. So. Kämpf dich hoch. Ich glaube, ich habe nicht getrunken. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, ich weiß. Jetzt. Ich glaube, es ist alles okay. Ich meinte zur Schnellstraße voraus. Ich sehe Fahrzeuge. Feindliche. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Wir werden den mal einheizen. Scheiße, Panzer. Ich werde es versuchen. Scheiße, daneben. Ich bin jetzt auf gleiche Öle. Das ist so wie mit den alten Schiffskämpfen. Der ist kaputt, der ist kaputt. So, bam, bam. Der kann als nächstes mehr tun. So, hier jetzt. Oh Gott, oh Gott. Bam, der ist tot. Okay, was ist hier? Oh, okay, weg. So, auf das zweite Geschütz. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich sehe da noch was. Scheiße, sorry. Okay, ach komm. Echt jetzt. Anreifen, Schuss und aufs zweite. Finde ich gut. Verstanden. Schwingt nach Westen und dann zur Schnellstraße. Gebt Meldung, wenn ihr die Kontrollpunkte erreicht habt. Okay. Guter Befehl. Ja, ich versuch's. Das 122 ist drin. Entfernung ist zu erreichen. Ja, weiß ich nicht so nicht, was du damit sagen willst, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Dann würde ich sagen, los. Die Straße geht's eh schneller. Kleines Rennen. 40, ach, da oben ist die Kamera. 40, oha, 42 Kamera. Ah, okay, hier ist ein Flughafen, das ist gar nicht gut. Au, 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 hoist Geschwindigkeit, was haben wir hier? 550, ei, ei, ei. Sol, 12. Oh, wow, das ist ja richtig schmierig. Turbo. Absolute Mega-Turbo. Wow, hier ist was, hier ist was. Ach, nur in unserem Flugzeug. Schön, die Autowagen. Ja, und das ist mir doch noch der kürzeste Weg in die Staus. Etwas, ne? Ähm, sind das Feinde? Oh. Die Transporter? Nee, Pioniere. Könnte jemand den Kerl sagen, dass wir Krieg haben? Ja, das ist ganz nett, ne? Wenn das so wäre, nicht wenn das wäre, aber wenn es dem jemand sagen würde. Ich bin hier ganz offen, das ist nicht gut. Geht da raus und bittet raus, da muss noch Edgar, der Typ da steht und die ganze Koffer wieder aufhält. Wer schluss? No. Scheiß, Biala hat uns aufgelauert. Oh, uns zusammengeschossen, bevor wir von sich waren. Ja. Irgendeiner muss den Scheißzünder und ihn auslösen. Na, klasse. Unsere Patsche von davon. Jemand muss darüber, aber ich will das ganz bestimmt nicht. Nicht mehr. Ja, okay. Ron, mein Field. Obwohl ich mein Field doch noch aus Fallout kenne. Ganz interessant, ich habe heute mal einen Kommentar auf mein Fallout 001 bekommen. Das heißt, mein zweites Video überhaupt. Finde ich ganz interessant, dass ich da... Oh, okay. Leute. Äh, was kommt hier? Scheiße, was ist los? Gib mir Feuerschutz. Bitte. Ich will keine Kugel in den Arsch haben. Wow. In die Deckung, in die Deckung. Ich geh in den Panzer, aber erst in der nächsten Folge. Oh, okay. Oh, okay. Ich geh in den ark. Ich geh in den Arm. Ich habe noch scope. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Und da? Oh, okay.